Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge GTA San Andreas. So, wie immer, wir fangen die Fahrschule an. Ich habe jetzt allerdings ein System, wie wir das ungefähr machen. Wir nehmen uns immer ein paar Zeit, um eine Übung, eine Übung, äh, na, auf Gold zu schaffen. Back to school. So, heißt zwölf Tests, zwölf Parts. Da ich überall Gold haben will, variieren die Parts natürlich von der ungefähr durchschnittlichen Länge von 15 Minuten. Das kann sein, dass du ja dann entweder nach 5 Minuten, äh, obwohl, ne, nach 5 Minuten werde ich dann irgendwas anderes machen. Aber na gut, so. Der 360er. Erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Okay, also genau die Ausgangsposition. Aber die Position ist auch wichtig, habe ich gelesen. Ich nutze immer... Ja, soll ich natürlich auch die richtige Taste drücken. 100% Geil. So, wie lange ist der Part? 3 Minuten. Ja, ne, gut. Ich habe gesagt, äh... Dings, die nächste Disziplin gibt es dann halt in einem anderen Part. Was ich aber jetzt machen möchte, das werde ich dann jetzt auch immer machen, wenn noch Zeit übrig ist, ins Fitnessstudio gehen. Ja, das ist auch wichtig. Wir wissen nämlich, ich glaube zumindest, dass wir die, äh, wir sind meist da in den Fitnessstudien, Studios, äh, auch fertig machen müssen, habe ich zumindest halbwegs gelesen. Ah, das halbwegs ist gut. Ah, 60 Kilo, ja. Ich glaube, dass es ein bisschen Overtream ist, aber gut. Okay. So wird das nicht. Karl ist noch etwas zu spach. Ah, machen wir... Ja, gut, machen wir 30 Kilo. Oh, die Hälfte. Mal sehen, wie er damit klarkommt. Okay, auf jeden Fall ein bisschen besser. Gut, bis wir mehr Muskeln haben. Alter. So. Ich werde heute alles mal ein bisschen auf Muskel setzen. Das nächste Mal setzen wir mal ein bisschen auf Kondition. So. So. Muskeln, ich brauche Muskeln. Muskeln aufgelöst. Du kannst jetzt im Fitnessstudio neue Kampftechniken anlernen. Okay. Da wir Muskeln auch wieder verlieren können, mache ich jetzt noch einmal, bis noch mal ein Muskelschild auftaucht. Genau. Okay. Ja. Reicht. So, den Rest machen wir auf Kondition. Ja, man. Muckikal hier. Aber nice. So. Eingabe. Können wir ja, ja stimmt, das können wir ja dann. So. Das ging auch noch. Stufe 5. Oh mein Gott. So. Ich glaube, Stufe 6 reicht erstmal. Obwohl, Stufe 7 geht, aber noch. Los, Sprinte. Okay. Okay. Oh mein Gott. Alter, Alter. Geist jetzt mal höher. Du hast heute dein Limmert recht. Komm auch wieder, Gott sei Dank. So, jetzt können wir hier den ersten Meister besiegen. Oh mein Gott. Mal sehen, wie du... Absorb mit den Augen, junger Student, und du wirst du lernen. Streich wie eine Atomische Kubra! Nichts clever hier, nur schütze sie während sie sinken. Okay, cool. Bekomme die Avalanche und büriere deinen Gegner! Du wirst nicht gewinnen, Northen! Ist okay, ist okay. Pfff, weg! Scheiße. Haha, war lustig. Wie Opa mir jetzt hinterher rin wollte. Klar. Alter. Scheiße, jetzt hab ich den Ring verlassen, ne? Alter, ist er okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, wo? Geh weg. Oh, komm. Er hat doch... Warum eigentlich Entera? Das ist so ungünstig. Genau. Arsch deiner Mutter, ey. Ich bin ein Master von VB-Wiki. Oh, du willst es? Dreckens Sausage! Mann, das ist so ungünstig mit Enter, ey. Was ist denn das? Alter, deine Mutter, ey. Oh! Oh! Ja, ist unklar. Sorry. Ja, genau. Also, er kann mich hier rausschießen. Ich ihn nicht, ey. Was ist denn das für ne Ficke? Kacke, ey. Ja, jetzt mal, du kennst. Das ist Ficke. Alter. Ficke. So, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Ich sag mal, fangen wir die andere Disziplin schon mal an. Die 180er. Irgendwann haben wir mal Fahrerskills drauf. So. So. Amma, ja. Okay. So. Endrichtung, Endposition. Nur wegen der Endposition? Alter. Will ich nicht. Ich will. Alter, genau. Lenk den Wagen. So wie du willst, ey. Quatsch. So hatte ich das doch gar nicht. es ist glück einfach nur glück ja auch gleich verloren auch gleich verloren Alter, die Imposition kannst du nicht wahr sein ich bedenke was da noch alles kommen könnte das ist ja echt lange Zeit werden ja 100% nice so, jetzt waren wir ja beim 180er also haben wir jetzt in allem Paraglomer 2 Disziplin fertig kontrolliertes Schleudern ach Gott oh man ey das wird eklig aber das machen wir dann einen anderen Mal in dem anderen Part ich werde jetzt nicht hintereinander an die Fahrschule machen sondern immer mal nach nach 1, 2 Missionen dann mal wieder Fahrschule 1, 2 Missionen und so weiter halt warte mal da fällt mir gerade was ein ich brauche doch nur ein Auto gib mir halt gib mir halt kein Auto gib mir halt kein Auto ja genau danke Auto wir haben ja noch 1-2 Minuten ja jetzt noch mal kein Aufstand hier ich leih mir doch nur ein Auto ja so so man denkt wie viel Munition ich jetzt für andere Waffen habe hier die Schottflinte 1134 krass ich bin nicht schade vor der Leute das ist geknackt hat ey ich bin nicht schade vor der Leute das ist normal leut leut aah sagen wir haben geparkt keine Sorge so parke ich immer in real life natürlich dann später da kommt gerade ein Zug oh man nice gut mehr wollte ich gar nicht ja Leute danke bis zur nächsten Folge würde ich mal sagen und da ja da geht es weiter wie jetzt doch hier bin erstaunt dass wir schon zwei Sachen auf Gold haben in der Fahrradschule aber mal gesehen vielleicht kriegen wir das andere auch noch ein also bis dann tschau 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 bis Men bis nach 2 bis jetzt bis bei bis mich bis bis pipe bis bis bis